hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge ls 19 hier auf der obergräber ein neues projekt da ich wollte mich ja wieder zurück melden da ich in letzter zeit keine zeit dafür gehabt habe aber jetzt werde ich für euch wieder coole videos produzieren ich hoffe es gibt sie gefallen euch und ja ich habe hier schon mal ein paar fahrzeuge gekauft und ein paar felder und den hof die 8 und die 7 auf der 8 ist mais und auf der 7 ist raps also japonen so und ja ich habe ja ja denn jetzt den mp track und den rostlmash damals vergessen und hier ist ein schöner kiro witz mit einem schönen an ja den werden wir jetzt mal nach hause fahren jetzt kommt der coole sound ach ich liebe diesen sound muss ich nur noch schauen wo wir was doch auf jetzt so schauen wo wir hin müssen hier rein gerade weg hier ja ja ah die hupe ist wieder lehrerlich so ach wieder falsch gefahren na toll muss ich wieder umdrehen und jetzt geht's nach hause so ja wie die folgen kommen das weiß ich noch nicht aber ich werde euch schon noch mitteilen und ja dann schauen wir weiter was er noch zu machen ach okay hier ist auch nicht ja dann oder ah hier ist nicht so dann fahren wir hier rein und hier ist hauptsächlich für die feldarbeit bestimmt der kiro witz ja noch entlang dann sind wir am hof und ja dann können wir schon den brecher und das einstellen oder selber ernten besser gesagt ja den lassen wir mal hier stehen ach eine schneider exakt brauchen wir so so dann ankoppeln und umläufe oder so 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 gleich die abkürzung heraus hat keiner gesehen oh gott sei dank hat die vorangebende tafel kein holly und ja jetzt geht's los so gleich da vorne sind ja dann können wir mit der nummer sieben schon anfangen abzuernten dann müssen noch ein maisgepies kaufen dann können wir gleich die nummer 8 auch abwehren so stellen wir das mal hierhin wir da schon aufklappen anscheinend muss er regen wir sind doch mal regen sie ist kein regen aber egal so dann ah jetzt jetzt fangen wir mal ab ernten weise fragen oder mod wünsche habt könnt ihr es gerne in die kommentare schreiben und hier es werden natürlich auch in nächster zeit andere spiele kommen äh destiny 2 der trilly eurotag simulata und so weiter ja jetzt werde ich mal hier mal ein paar folgen machen dann von einem anderen spiel ein paar folgen und ja das werden abwechselnd dann kommen so 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 schreibt mal in die kommentare auf dass wir es nix als nächstes gehen sollen ich würde sagen hier und ein anderes fällt noch dann eben dann mal die pga ja haben wir noch viel zu tun so so nehmen wir mal den helfer ein dann kümmern wir uns mal um die zwei fahrzeuge so jetzt hat man der fern was mir gesungen so hat er keine habe mehr aber es waren wir ein gewicht würde ich sagen es war ein gewicht würde ich sagen so ja mach das schön an mann 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 der hat ja wieder kein dann machen wir das auf einen schönen betrag drauf ah das ist so ich denke es ist auch Das war's. Das war's. Ja, doch schon besaust. Lichtcheck, was abgeht die Luzi. So. So, dann gehen wir schauen, wieviel der Drescher-Kapazität noch frei hat, dann entleeren wir den. Und ja. So. 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 Dann müssen wir hier lang. Dann da vorne. Links. So. 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 So, hier lang, zack, zack, das sieht man. Guten Abend, so, eh noch nach Hause und dann schauen wir weiter. So, hier lang, zack, das sieht man. So, was sagt ihr denn zu den Strohbeigungs-Ettern? Wenn ihr es euch holt, dann schreibt es mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Weil ich werde es mir wahrscheinlich auch holen. So, hier lang, zack, das sieht man. So. So, ich soll es hier stehen bleiben. Hallo, Helfer. Einerse. So, dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.